Du warst frisch in der Bar, aber ich kann es sehen. Du warst mehr wunderschön. Ich glaube, wir sehen uns wie... Wir sehen uns wie... Schau mal, wie richtig oder falsch das Ding war. Pace. Pace. Puh. Sehr schnell. Wenn du denkst auf die Franchise... Mbappé... Bayern Philippe... Nein, nein, nein. Aber bist du realistisch? Bist du realistisch? Ja. Nur um zu wissen... Ich war vor zwei Jahren in der Spiel. Ich war 60 Jahre alt. Aber letztes Jahr war ein gutes Jahr, also... Ich gebe dir das. Das macht ja auch keinen Sinn, was ich hier aufschreibe. Ein starker Schuss. Wenn ich über die Rokke... Rokke? Wenn es Gräuter führt. Läuft das gut passend? Nein. Ich bin sehr überfordert hier gerade. Weil ich habe da ein Gesamtrating hingeschrieben, wo ich mit den Werten, die ich aufschreibe, auf jeden Fall nicht hinkommen werde. Ich denke, das macht doch erst mal die unteren. Ja, ja. Passend. Ah, du hast nicht zu viele Assisten. Du hast gewonnen. 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 Okay. Hacke. Das war gut. Okay, Pace. Du bist nicht so schnell. Dribbling. Du bist eigentlich gut. Boah, das ist pecklos. Physis. 18 Jahre, ne? 19. 19. Fast 20. Da macht FIFA immer respektlose Werte, ne? Du bist mehr Killer. Killer. Du bist mehr Killer. Killer. Du bist mehr Killer. Du bist nicht Vorbereiter Killer. Nein. Du bist Killer. Nein. Killer. Pass. Dribbling. Enorm. Enorm Dribbling. Ich habe das Gefühl, ich bin durch. Ich muss aber das Overall Rating anpassen. Das macht keinen Sinn. Dribbling. Diffense. Du hast nicht Diffense. Ich habe das. 1. Max. Fysis. Du bist stark. Drei. Du bist klein. Einfach kleiner. Das ist okay. Das ist nicht lecker. Die Stats. Ich habe you gute Stats, eigentlich. Ich habe Sie besseren Stats. Ich habe dir einen besseren Stats. Okay, Physically. Ich habe mich HD gew heads. Du hast mir die Stats von der Gold und dann du Operations gewissst. Du hast auch eine Bronze Rating. Das ist mir gerade bei 80er Parteiford. Und dann habe ich mir angefangen, so, oh shit. Okay, aber oh sorry. Das ist nicht... Das ist wirklich nicht. Ich spiele nicht die Spiel, wenn ich mich nicht. Okay, um ehrlich zu sein, er hat bereits eine ganze Ultimate Team Squad. Ich spiele so viel FIFA nicht. Mon. Monsieur. Ja, das ist okay. Du kannst noch ein bisschen mehr, ich habe letzte Jahr vier Goals. Jetzt habe ich die Chance, ich gebe dir einen Assisten. Also Header, du weißt. 59 Gesamtrating, das wäre respektlos. 59? Doch, das ist okay. Ich bin fertig. Warte mal. Zeig mal. Okay. Schießen 54. Was habe ich hier für Sachen gemacht? Defensiv 44. 60 Pace, magst du nicht so schnell, aber hat einen sehr guten rechten Fuß. Ich habe bei Marv sehr viel Pace. 89. Wie viel läufst du da? 36. 36 Grammar. Was mach? Okay. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was gönnt. Können wir das jetzt revealen? Pace? Habe ich gedacht 89. 84. Wow, Monsieur. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ich habe dich sehr schlecht gemacht. 83. Ich bin glücklich mit dem. Oh, sorry. Ich habe noch nicht deinen Top Speed gesehen. Boah. 89. Habe ich geschätzt. Du hast 88. Schade, schade. Was ist das? Kein Respekt. Kein Respekt. Kein Respekt. Ich habe gegen Greuther Fürth. Was ist Greuther Fürth? Greuther Fürth. Ja, Greuther Fürth in der letzten Saison. Das zweite Spiel gegen Greuther Fürth. Ich hatte 33,8. Schießen. 74 habe ich hier gegeben. 55, Bruder, ja. Wie hast du mir gegeben? 74. Von 50 Specklust, ne? Ich treffe auch nicht, ne? Das ist krass, ja. Das ist, weil sie dir eine Bronze-Karte geben. Die kenne ich natürlich auch nicht, ne? Schuss. 54 gegeben. Wie kommst du auf 4? Ja, scheiß drauf. Wir gehen einfach zum nächsten Punkt und reden. 71. Bro, du hast eigentlich gute Stats. Wie schießt du 64? Das ist kein Respekt. Es ist ein bisschen nichtreifend. Es ist ein bisschen nichtreifend. Es ist ein bisschen nichtreifend. Aber ich glaube, der Pace war hoch. Der Pace war hoch. Ja, sie mussten es umsetzen. Ja, sie mussten es umsetzen. Ja, ja. Okay, Schott. Schott. Schott, 87. Du hast einen starken Schott. Ja, aber zu viel. Zu viel. 67, oder? Ja, sie haben sich nie gesehen. Sie haben sich nie gesehen. Sie haben einen Schott wie ein Hohes. Pferd. Du? Ja, ich habe mehr als ich. Ja? Ja? Ja. 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 55. Wow, das ist zu viel, Bro. Ich glaube, ich habe vielleicht 60. 60? Ja. 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 FIFA? 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 Kein Respekt. Das macht ja keinen Sinn, wir quatschen über eine Bronze-Karte, der arme Junge, stellen da, als ob er keinen Ball treten kann. Sieben, sie hab ich hier gegeben, 60 passen, ja Max, es tut mir leid, ist die erste FIFA-Karte, da muss man immer leiden. Was hab ich? Ihr habt dir 58 gegeben? Du verarschst mich ja auch, ne? Du hast Silberkarte, du bist Rechtsverteidiger. Ich hab doch gesagt, wir werten das nicht so, wie die Karte das gibt. Ich geb dir doch nicht die 77, wenn ich da oben ne 62 schreibe. Du machst mich ja zum Opfer. Das ist doch dränglich, ey. Das ist ja alles geisteskrank. Komm, wir machen mal Physis, Physis ist okay. Dribbling und Defense lassen wir erstmal weg. 71, was hab ich? Willst du dir auch 71 geben? Ja, schon ein bisschen mehr, glaub ich, oder? Zeig mal. Bisschen Karten, ehrlich. Ich hab dir ne 53 gegeben. Oh mein Gott. Du hast echt ein 53, ne? Max 53 Physis, 18 Jahre. Defense? 68. Das ist der einzige Grund, warum ich 2. Liga spiel, ne? Zeig mal. 61. Das ist so eine Verarsche. Defense 44. Junge, was machen die mit dir? Schau dir die Karte mal an. Ich lauf nicht zurück, ne? Die geben dir gar keine Chance. 33, siehst du das? Und ich hab dir echt 44 gegeben, ne? Okay. Dribbling für mich 90. Aber ich glaub, du bist brutal für mich. Für mich mehr. Dribbling? Pace, um sehr schnell zu sein. Dribbling? Dribbling? Bro, du machst es gegen alle Teams. Sie können nicht den Ball nehmen. Es ist schwer, dass sie den Ball nehmen. Das ist auch. Minimum 80 für mich. Minimum. 90 war ein bisschen zu viel. Aber 80 war ein bisschen. Das ist okay. Okay, Dribbling, ich habe nicht. Aber ich denke, 40 war ein bisschen. 40 war ein bisschen. 40 war ein bisschen. 40 war ein bisschen. Das ist okay. Ich habe dir 69 und es ist 71. Also, zwei auf. Ich habe dir 70, aber ich habe dir 70. Ich habe dir 75 und du hast 68. Ja. Und Dribbling, du hast 70. Ja, okay. Ja, okay. Meine Dribbling ist gut. Das ist eine gute Rating. Ja. Ich denke, wir sollten den gleichen Dribbling haben. Okay. 20 war ein bisschen. Ich glaube, du hast 20. Ich glaube, du hast 20. 20 war ein bisschen. Oh, fantastisch. Ich weiß, du hast 20. Oh, 20 war ein bisschen. Ja. Vielleicht ein bisschen. Ja. What do du denkst? Vielleicht rund 70, vielleicht. 70? Ja. Ja. Okay. Defense. This is where it gets bad. Ja. What did you give me? 40. Okay. I put 45. So, I give you a lot better. Let's see. Okay, if your defending is better than mine, this is just better. 38. Okay, okay. But the thing is why my defending is 56 is because I played two years ago a lot as a right back. So, that was my alternate position. So, that's why I have good defending. Okay, but last year, there was a point last year. It was like 10 game days in and I was like the forward and the whole second Bundesliga who like stole the most balls. So, defending has to be better. I think it has to be at least like a 60. I gave you a Dribbling. I gave you a 67. I gave you a 66. I gave you a 66. And you are actually really much better than I gave you a Dribbling. 64. 63, yeah, let's see. I have to say that your card doesn't show the quality of you. Good. Physiist, I put 57. You are strong in the core, but for your height, you know, they come from 57. 67. Oh, they even… This is good. Okay, now I want to see if this is 65. This should be 75. Yeah, I think. 76. Nice. This is okay. This is okay. Last one physical. It's 70 and it's 67. 65. And you gave me? 42. Okay, but I gave him 42. We were last week together in the gym. Okay. Remember? Mm-hmm. And I was… Janning told us. Okay, warm up. Do as many reps as you want. I was doing 10 reps every time. And you were doing like 5 reps every time. But you said… You said… Gym is not your thing. Yeah, it's not my thing. So… But… It's okay. In the end, it's okay. Like, physicality contains a lot more than only… Gym. Yeah, I know, I know. So… So total score… Let me check quick one second. Okay. I think then if I see this… Yeah. I think then they put for you 70… Maybe 71. Nice. 69. I don't talk. I don't talk. But then I have 50 or what? 72. But for me you are 70… If I see this you are at least 71. 66. 66. You gave me 69. I would be happy with this. I've already seen it though. I think it's not… I mean, I'm pretty sure it's not 69. Yeah. Have you seen yours? Normally I would say like… I'm not realistic, but normally I would give you at least 70. Okay. Thank you bro. It's a nice number but… I didn't know because you weren't in the game last year. So I don't know how much people would be like, okay now… Yeah. You know? Should we reveal? Yeah. Let's do it. 68. 67. But normally it should be… But for these stats… Because you have good stats. I think, yeah. I have two stats in the 70s. 68 rated. This one's close. These two are… It's an all round good card. Yeah, yeah, yeah. It's pretty all round. So… Okay, what we need to talk about from you? What are you not satisfied? What are you not satisfied? Where do you see yourself better than what they wrote? A bit more shoot and… Pacing. Pacing. I think here… Can definitely a bit more. And here… A bit. Pfff… 67 for shoot. You really have a shot like a Pferd. Horse, you know? Horse. Now also… For me… What do you think here? Glaubst du? 70… 70 something. 70 something. Yeah. 70 plus. Yeah. Here around… A bit under 90. Maybe a bit under 90. The rest… It's okay. No, it's okay. It's okay. Yeah. And you? For me, this is… Joke. Big joke. Kind of respect. Kind of respect. This needs to be… Minimum… Minimum… What is your page? Minimum 60 plus. 65. 65. 65. 65. 65. 65. 65. 65. 65. Okay, I'm defense. I don't care. I don't care. This needs to be minimum 50. Yeah. The rest is okay. The rest is okay. The rest is okay. This I don't agree. No chance. Okay. And this I don't agree. 62. I gave you the whole thing. But I'm honest, I don't see that with 62. I gave you the whole thing. I gave you the whole thing. Yeah, that's a 68. That's a 68. That's a 68. Yeah, that's a 68. 35 defensive series. Und a 55 shooting. Da weiß ich nicht, wie wir auf eine 60 kommen sollen. Kaum mit Leben, ne? At least 6 davor. Oh, yeah. Your first card, ne? Herzlichen Glückwunsch, Großer. Is dabei. Was war deine erste Karte? Katastrophe, lass ich drüber reden. Okay. Dankeschön. Thank you. Are you happy with your card? To be honest. Okay, let's say, what things are you not happy about? Passing 56 is crazy. Yeah. I think so. Defending 38 is also disrespectful. Yeah. But other than that, I think it's okay. Sure. You? What are you happy about? Bro, I swear your stats are good though. I like my stats. Only thing is like, okay. Like they're very even. If the dribbling was 70 as well, I'll be very happy with my card. But also the important thing is who looks better though. This what? Who looks better. Like whose card looks better. I think. I wasn't here for media day this year. This is my old, old face, but. I thought you had your own card. They call me Wally. They call me Wally sometimes in the locker room. And they call him Joe. Sometimes when I'm on the bench at the physio and they see the back of my head, they say, Hey Joe. So. It happens. Okay. But all in all. It's okay. I think I look better. Yeah. I don't think. We'll leave it up for the fans. The fans kind of side. Yeah. So probably me. I don't know. I don't know. I don't know.